Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 21. November. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute 10 Technik-News euch vorbereitet. Es geht um selbstfahrende Autos, um Intel, um Marvel, um Hue, um Roomba, um das Honda 7X, um Amazon Prime Video, um ZDF, um Pokémon Go und um Animal Crossing Pocket Camp. Wir beginnen mit selbstfahrenden Autos und blicken dafür nach London. Dort gab es jetzt eine Ansprache des Finanzministers Philip Hammond bzw. auch ein dazu passendes BBC-Interview und der möchte quasi die nächste Generation der industriellen Revolution ausrufen. Dazu gehört auch Automatisierung und selbstfahrende Autos. 2021 sollen die bereits in London bzw. generell in England zugelassen werden. Er sieht darin einen wichtigen Bestandteil der Zukunft und möchte dementsprechend auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen in diese Richtung schaffen und einrichten. Wir kommen zu Intel und auch bei denen geht es um das Thema Zukunft. Die hören offensichtlich vor, wieder in den Markt für Grafikkarten einzusteigen. Im Endeffekt hat Intel in dem Segment momentan nicht allzu viel, zumindest bei dezidierten GPUs, nicht. Bei Notebook-Chips in der GPU-Sparte sind sie ja relativ erfolgreich. Gestern gab es schon eine Meldung, dass man da sein Engagement verstärken will. Dann gab es auch noch ein Gerücht von AMD, dass quasi ein Grafikchef dort das Unternehmen verlassen haben soll. Sol Raya Kudori heißt er. Der tauchte dann auch heute in den News wieder auf, warum der ist nämlich jetzt eben zu Intel gegangen und soll dort high-end GPUs entwickeln. Die sollen nicht nur für den Gaming-Bereich wichtig sein, sondern aktuell heute wieder Gewähne, die auch für wichtige Berechnungen verwendet. Ein Beispiel, ein relativ verbreiteter Fall wären Kryptowährungen. Ich glaube jetzt nicht, dass Intel unbedingt in die Segment hinein will, aber auf der anderen Seite ist es ja auch im KI-Sektor sehr wichtig. Und alles zeigt die Richtung KI und der AI, dementsprechend da starke Grafikkarten könnten da auch bessere Berechnungen liefern. Eben zum Beispiel auch für selbstfahrende Autos, die hatten wir ja gerade in der vorigen News. Wir bleiben bei Chip-Herstellern, gehen aber zu Marvel, die Kauf von Kavium auf für 6 Milliarden US-Dollar. Ein sehr großer Chip-Deal. Wirklich bekannt, zugegeben ist Kavium wahrscheinlich nicht. Wo man es am ehesten als Privatanwender kennt, sind SSD-Controller, zum Beispiel von Western Digital, Sweden, Black SSDs. Ja, für den Privatanwender eben nicht so interessant. Im Business-Bereich wesentlich interessanter, vor allem weil die relativ viele Embedded-Systeme machen für zum Beispiel Netzwerkkarten, aber auch generell Chips, so im Server-Bereich quasi ein großer Deal dürfte sehr wichtig werden. Damit holen die Hersteller zumindest in dem Segment auf AMD und auf Intel auf. Stichwort aufholen, das versucht offensichtlich auch Hue, beziehungsweise Philips mit dem Hue-System. Da gibt es jetzt ein Update für eure Glühbirnen, wenn ihr zu Hause solche habt. Oder aber auch andere Hardware von Philips, beziehungsweise dem Hue-Sortiment, eben wie zum Beispiel auch den Dimmer oder den Lichtschalter. Solltet ihr mal in der App nachsehen. Es gibt eben Updates für die Lampen. Selbst ist es eher selten. Damit ihr das durchführen könnt, müssen die auch tatsächlich am Strom hängen, damit natürlich auch das Update empfangen können. Das Update selbst soll für Fehlerbehebungen und Optimierungen sorgen. Und zudem darf ihr verantwortlich sein, dass die Lampen schneller schalten. Stichwort schalten, das kann man auch mit If This Than That. Und If This Than That hat jetzt einen neuen Hersteller an Bord, der unterstützt wird. Zwar Roomba bedeutet, ihr könnt jetzt If This Than That Rezepte für eure Roomba Staubsauger-Roboter erstellen. Klingt es auf den ersten Blick, beziehungsweise auf das erste Mal lesen oder hören, vielleicht etwas komisch. Auf den zweiten macht das Ganze dann schon viel, viel mehr Sinn. Zum Beispiel kann ich dann so Location-Based Rezepte starten, an aller, wenn ich das Haus verlasse, sage mit dem Staubsauger-Roboter, er soll meine Bude sauber machen. Klingt ja an und für sich ganz schlau. Willkommen zum Honor 7X. Das wurde gestern offiziell vorgestellt. Ein neues, sehr günstiges Smartphone von der Firma Honor. Das ist ja die unter Anführungsstrichen Billig-Tochter von Huawei, die ich eigentlich immer sehr gerne mag. Ein sehr potentes Gerät. Setzt auf den hauseigenen Kirin 659 mit 8 Kernen, 4 GB RAM. Eigentlich ein sehr schneller Prozessor. Kommt mit 64 GB Speicher. In Asien wird es eine 32 und 928 GB Variante geben. Mit MicroSD auf 256 erweiterbar. Display ist vielleicht das Überraschende. Ein 18 zu 9 Display. Das kommt damit jetzt quasi auch in mehr oder minder günstigen Segment an. Und ein großer Akku mit 3340 mAh. Das Gerät wird auch in Europa starten und zwar noch im Dezember. Preis ist noch keiner raus. Wir gehen davon aus, dass es sich irgendwo so um die 300 Euro bewegen wird. Was für ein derartig hübsches Gerät mit Dual-Kamera. Das habe ich noch vergessen. Ein durchaus interessantes und lukratives Angebot sein könnte. Wir werden sehen, wie es sich dann verkauft. Stichwort interessantes Angebot. Amazon Prime hat einen sehr interessanten Deal geschlossen mit dem US-Fernsehsender AMC. Mit AMC verbindet man ja schon eine Freundschaft mehr oder minder. Fiat Walking Dead stammt zum Beispiel von denen. Da strahlt Amazon bereits exklusiv in Europa aus. Ebenso auch die Fernsehserie Preacher. Jetzt hat man diesen Deal ausgeweitet. Davon betroffen sind zum Beispiel Serien wie Mad Men, Better Call of Soul oder Breaking Bad. Wir kommen zum ZDF. Und die machen jetzt ein interessantes Experiment. Das erste Mal in Free TV wird es eine Produktion in UHT, also 4K und HDR geben. Zugegeben jetzt vielleicht nicht unbedingt die aller interessanteste Serie, die Bergretter. Aber immerhin, es kommt ins Free TV und ist dort verfügbar. Das zeigt, dass sich Technologie verbreitet. Vielleicht kommen dann auch interessantere Produktionen. Was brauche ich dazu, um das Ganze empfangen zu können? Im Endeffekt unter Anführungsstrichen nur einen kompatiblen Fernseher. Das Ganze wird dann über HBB TV ausgestrahlt oder halt eben ein Gerät generell, das die ZDF-Mediathek empfängt und das dann auch in der entsprechenden Auflösung an den Fernseher weitergeben kann, sofern der Fernseher nicht über so eine Integration bereits verfügt. Zuletzt war Spiele-News. Willkommen zu Pokémon Go. Dort startet der weltweite Fangwettbewerb. Im Endeffekt geht es darum, dass möglichst viele Pokémon weltweit gefangen werden. Je nachdem, wie viele Pokémon gefangen werden, gibt es dann auch unterschiedliche Belohnungen für alle. Wenn 500 Millionen gefangen werden, das wäre die große Stufe, gibt es doppelte XP und ein 6-Stunden-Fangmodul. Wenn 1,5 Milliarden gefangen werden, also schon das Dreifache, dann gibt es ja noch mehr Pokémon überall auf der Welt und dann auch so magischen Staub. Wenn über 3 Milliarden gefangen werden, kann man dann zusätzlich auch noch legendäre Pokémon fangen, weltweit eben wieder. Ja, interessantes Event, auch interessant von Nintendo, kommt diese Woche ebenfalls noch eine App, die war bereits angekündigt und erhält jetzt ein sehr überraschendes Startdatum. Bereits morgen wird Animal Crossing erscheinen für mobile Geräte. Animal Crossing Pocket Camp heißt das Ganze für iOS und für Android. Ein Spiel, in dem man ein Feriencamp übernimmt und das quasi entsprechend ausstatten und ausrüsten muss. Eben im bekannten Animal Crossing Franchise, als er auf der Nintendo 3DS vor allem auch schon sehr, sehr erfolgreich war. Das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und viel Spaß bei den Vorbereitungen auf Animal Crossing für morgen. Ich hoffe, der Start verläuft gut. Ich hoffe, auch euer Start in den Tag verläuft gut und wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald und ciao! Hört mehr Geek Talk!